ich begrüße dich ich bin die mary und ich darf dir heute einen inspirierenden gedanken für deinen tag mitgeben ich möchte dich einladen alles was heute in deinem tag geschieht wem du begegnest welche situationen und umstände du heute vor findest innerlich zu sagen ich möchte das mit liebe sehen ganz egal was ausgelöst wird was dich gerade emotional erschüttert oder betrifft du hast in dir die fähigkeit eine wahl zu treffen ein liebevolles und auch vergebendes denken darauf anzuwenden und ich möchte dich einladen wenn irgendetwas geschieht heute kurz innezuhalten das kann mit einem atemzug sein die du tief durchführst einfach mal tiefes durchatmen kann aber auch sein dass du vielleicht die hand auf dein herz legst und dich erinnerst ich habe heute beschlossen alles mit liebe zu sehen und ich will es tun weil ich glücklich sein möchte vielleicht musst du einer person innerlich sagen ich verstehe dich und will dich nehmen so wie du bist du brauchst dafür gar keinen grund sondern einfach nur die absicht diesen menschen bedingungslose liebe und akzeptanz entgegen zu bringen du wirst sehen es gelingt dir ganz einfach wenn du es wirklich bist und ich wünsche dir einen schönen tag vielen dank